Heute habe ich ein interessantes Thema für euch und da geht es um die Fehlersuche. Die Kundenbeanstaltung ist folgende. Das Fahrzeug startet nicht, obwohl wir die Kupplung drücken. Das Fahrzeug ist ein Golf 6, Baujahr 2010 mit einem 1,6 Liter Motor. Und wie ihr sehen könnt, kann ich das Fahrzeug, obwohl die Batterie gut ist, nicht starten. Es kommt immer im Display Kupplung treten, Fahrzeug starten, aber das Fahrzeug will einfach nicht starten. Und wir versuchen heute herauszufinden, was die Ursache ist. Als nächstes schalten wir erstmal die Zündung ein und prüfen mal die Sicherungen. Vielleicht haben wir da den ersten Fehler schon mal gefunden. Vorab schauen wir auch noch, wo dieser Kupplungsschalter sitzt und der ist nämlich richtig fies versteckt. Hinter der Batterie, neben dem Bremskraftverstärker, dort unten im Eck. Das heißt, wir müssten die ganze Batterie ausbauen und den Batteriekasten, um dort irgendwie hinzukommen. Deswegen ist es viel einfacher, mit den Sicherungen anzufangen und zu schauen, ob der Fehler vielleicht an den Sicherungen liegt. Das ist der Sicherungskasten im Motorraum vorne links. Den öffnen wir mal und da sehen wir einige Sicherungen. Ich habe mich im Vorhinein schon informiert und es gibt einen Schallplan für das Ganze. Wir nehmen eine Prüflampe und versuchen das Ganze zu prüfen. Wie ihr sehen könnt, sind in dem Sicherungskasten Zahlen mit F für Sicherung, also Fuse und bestimmte Zahlen dahinter. Die Zahl F22 ist genau die Sicherung laut Schallplan, die wir benötigen. Wir schließen die Prüflampe an die Masse an, prüfen dagegen, ob wir eine Spannung anliegen haben und messen an den zwei Kontakten vorne und hinten, ob eine Spannung anliegt. So, wir stellen fest, dass sowohl an den Sicherungen oben und unten gar keine Spannung anliegt. Nochmal zur Korrektur. Es liegt keine Spannung an. Laut Schallplan sehen wir, dass die Sicherung 23 und 13 auf der gleichen Spannungsversorgung hängt wie die 22. Also prüfen wir die 23er Sicherung, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung hat. Und wir stellen fest, keine Spannungsversorgung. Also prüfen wir jetzt noch die 13er Sicherung. Die ist gegenüber, und zwar ist es eine gelbe. Und was stellen wir fest? Auch keine Spannungsversorgung. Das heißt, die ganzen Sicherungen haben keine Spannungsversorgung. Jetzt wird es richtig interessant. Und zwar prüfen wir als nächstes die Sicherung 10. Und zwar ist es die Spannungsversorgung vom Hauptrelais, dass die Spannung schaltet für diese ganzen Sicherungen. Rechts die 5 Ampere Sicherung, die sollte Spannungsversorgung haben. Und ihr seht, die Prüflampe leuchtet. Das heißt, wir haben eine Spannungsversorgung und gehen weiter. Als nächstes brauchen wir das Hauptrelais. Wir haben einen Verdacht, dass das Hauptrelais nicht richtig schaltet. Und das ist das Hauptrelais mit der 100 drauf. Das bauen wir jetzt aus. So ein Relais ist relativ schnell ausgebaut. Ihr zieht nur dran und schon habt ihr das in den Händen. Das Gehäuse habe ich jetzt vom Relaissockel getrennt und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht, hier sieht man eine Spule, aber das Wichtige sind die Kontakte. Es gibt einmal den Steuerstrom und den Arbeitsstrom. Das ist der Arbeitsstrom, die zwei Kontakte. Darüber fließt ein großer Strom. Und das ist die Ansteuerung. Und irgendwas wird da wohl falsch sein. Das Relais ist so aufgebaut, dass er über eine Magnetspule ein Magnetfeld erzeugt und dadurch dann der Kontakt anzieht. Seht ihr das? Das zieht. Die Platte wird angezogen und dadurch schaltet das Relais. So könnt ihr mit einem kleinen Strom einen großen Strom schalten. So, jetzt prüfen wir die Spannungsversorgung des Arbeitsstroms. Auf einer Seite leiten wir den Strom weiter und auf der anderen Seite brauchen wir die Versorgung. Die Lampe leuchtet. Also es ist erstes schon mal gestellt. Als zweites brauchen wir die Spannungsversorgung vom Steuerstrom. Hier stecke ich eine Prüfspitze rein und siehe da, Spannungsversorgung ist da. So, und dieser Pin, das ist die Ansteuerung und die kommt vom Motorsteuergerät. Ich habe eine Idee. Wir versuchen etwas. Also wenn wir das doch betätigen, dann müsste doch das Ganze funktionieren. Also nehme ich jetzt meine Prüfspitze, spannen die ein und überbrücke das Relais manuell. Und theoretisch müsste das Ganze funktionieren. Also das probieren wir aber gleich aus. Dennoch gibt es einen Nachteil. Das Relais wird vom Motorsteuergerät über einen Innenwiderstand überwacht und wird auf jeden Fall Fehler bringen, die wir nicht einfach so löschen können. Perfekt. Also, das Auto läuft. Das heißt, wir haben ein Problem in der Ansteuerung. Das heißt, wir müssen schauen, warum das Steuergerät dieses Relais nicht ansteuert. Und das finden wir auch raus. Jetzt geht es ein bisschen ans Schrauben. Ich habe den Verdacht, dass wir ein Problem haben zwischen Motorsteuergerät und dem Relais. Also das heißt, wir müssen ein paar Verkleidungen demontieren, um zu prüfen, ob das Kabel in Ordnung ist. Ganz ausgebaut ist es natürlich viel einfacher. Wir haben zwei Stecker und wir suchen den Pin 69. Dieser Pin ist nämlich die Verbindung zwischen Motorsteuergerät und dem Relais, also diese Ansteuerung. Doch hier in diesem Stecker haben wir keine 69 Pins. Also kann es nur in diesem Stecker sein. Mit einem Multimeter versuche ich jetzt, den Widerstand des Kabels zu messen oder beziehungsweise akustisch das Ganze durchzuprüfen. Ich habe auf der einen Seite in den Pin 69 eine Prüfspitze eingesteckt und prüfe, ob ich überhaupt eine Verbindung habe. Also wenn ich dann draufgehe, sehe ich, okay, die Verbindung ist gut, wir haben einen Kontakt. Jetzt stecken wir das Ganze in den Steuerstrom, also genau in diese Masse, die das Relais schalten sollte vom Motorsteuergerät ein und stellen fest, wir haben keine Verbindung. Das heißt, das Kabel muss irgendwo unterbrochen sein. Also wenn ich mir das Kabel so anschaue, das im Wasserkasten verlegt worden ist, dann kann das ja noch schlecht sein. Also das Wasser läuft ja in diesem Wasserkasten zusammen und wir müssen das Kabel ausbauen, um zu schauen, wo denn das Kabel defekt sein könnte. Denn das ist der erste Anhaltspunkt. Denn ein Kabel, das im Wasser liegt, wird wahrscheinlich wohl kaputt sein. Wenn das Kabel ausgebaut ist, müssen wir das Isolierband entfernen, um zu schauen, ob es da irgendwelche verdächtigen Stellen gibt. Doch als allererstes machen wir folgendes, wir entfernen mal diesen Deckel, um zu schauen, welches Kabel denn genau der Pin 69 ist. Und um das zu entfernen, müsst ihr diese Nasen lösen, damit ihr diesen Deckel zu euch ziehen könnt. Und wenn das Isolierband weg ist, dann sieht man auch schön die Kabel, wie sie verlaufen und ob sie beschädigt sind. So, und hier ist eine Stelle, die sieht sehr verdächtig aus. Und hier werde ich mal weiter aufmachen, um zu schauen, ob da irgendwas Verdächtiges ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auf irgendetwas stoßen werde. Ich habe das Ganze angeschaut, aber noch nicht angefasst. Doch das mache ich jetzt. Schaut mal, wie das Kabel weggammelt. Seht ihr das? Und das ist der Schuldige. Das Kabel ist nämlich die Masseansteuerung von dem Relais, das vom Steuergerät kommt. Also werde ich jetzt das schwarz-graue Kabel reparieren und damit den Fehler beheben. So sieht das reparierte Kabel aus. Und das müsste jetzt theoretisch funktionieren. Und das schauen wir natürlich. Also, seht her. Der Startversuch. Natürlich brennt jetzt die Lampe für Lenkwinkel. Wir initialisieren das Ganze einmal rechts, einmal links. Und tada, die Lampen gehen aus. Wir machen das Fahrzeug nochmal aus. Starten das Ganze. Und sehen, dass das Ganze natürlich vielerbar ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde für euch das nächste Mal wieder was vorbereiten. Bis zum nächsten Mal.